Musik Da gibt es dann Automaten, das ist so wie ein Computerautomat, der tut dann alle jeweiligen Indikatoren minutenweise ausrechnen und sagt dann in Österreich, was nicht reden kann dann nicht der Computer, aber dann der politische Vertreter in den Zeitungen, denn ab 01.01.2040 gilt das Antrittsalter 70. Kann passieren. Die über 50-Jährigen, die sind ja jetzt hauptsächlich schon davon betroffen, dass sie in die Arbeitslosigkeit gedrängt werden. Die würde es natürlich auch bei diesem Pensionsautomatismus härter treffen, weil die würden dann von der Arbeitslosigkeit in Pension gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017